IDEA Spektrum – Nachrichten und Meinungen aus der evangelischen Welt. Diese Woche in der aktuellen Ausgabe Der neue mächtigste Mann erhitzt die Gemüter, was von US-Präsident Donald Trump zu erwarten ist. Werbung für Kirche und Gemeinde, muss das sein? Die Werbeexpertin Eva Jung meint ja. In dieser Ausgabe das IDEA Magazin für junge Christen, Idealisten.net, dieses Mal zum Thema Freiheit. Außerdem, was sucht ein Christ im RTL-Dschungelcamp? Sollte in Gemeinden mehr über Scheidung gesprochen werden? Und Mel Gibson setzt dem Adventisten Desmond Doss ein filmisches Denkmal. IDEA Spektrum können Sie jetzt auch digital als E-Paper oder als App auf Ihrem mobilen Endgerät lesen. Jetzt mit einem Klick Ihr Gratis-Testabo sichern unter idea.de-digitales-testabo